Ich bin's, euer Raphael. Schön, dass du reinschaust. Schön, dass ich über 20 Jahre mit euch wachsen durfte. Und nun ist es soweit. Ich brauche unbedingt Verstärkung für mich und meine Agentur. Ah, mega! Ich glaube, ich bin heute fündig geworden. Oh, moin! Also, ich habe überhaupt Kindid. Ich habe ein Bewerbungsschreiben und für einen Dogen habe ich ein Vorstellungsgespräch. Wollt, moll, wünscht mir Glück. Hier möchte ich kennen. Moin, puhrer Däcker. Raphael wartet schon auf dich. Ehe? Wie schnaht ihr denn? 300.000 Euro, aber... Den Dialekt der Kennetik habe ich nicht. Moin, Budecker. Schön, dass du da bist. Die müssen aber gleich los. Meine Kunden sind es nicht gewohnt zu warten. Na ja, dann mal los! Auch Kunden mit uns an der Seite haben sie immer Handbreitwasser unter dem Kiel. Hey, Raphael, bring mal eben das Kabel mit. Ja, mache ich, Markus. Oha! Also ein Elektriker, was du denkst hier ganz lecker nicht? Nee, das muss er auch nicht. Das ist mein Versicherungsvertreter und da beherrscht er das Handwerk. Hey, Raphael, bring mal eben die Spreelose mit. Oh Mann, da bin ich ja wohl daneben gegangen. Oha! Also ein Lackierer war den Kiel garantiert hier nicht. Das muss er aber auch nicht. Ja, mein Versicherer. Und dann beherrscht er dann Handwerk. Wo blüff Raphael denn, na wohl auch? Ich würd bestimmt noch mit dem Trecker über die Gegend. Oh Mensch, also um Geburt, was du denkst hier garantiert auch nicht. Das berückt uns nicht, dass mein Versicherer und du beherrscht die Handwerk. Ihr habt ja so recht. Ich muss nicht alles können. Aber nur das, was man von mir erwartet. Wenn es um Absicherung eurer privaten Versicherung geht oder gewerbliche Aktivitäten oder erfüllen eurer Träume wie Haus bauen, finanzieren oder sogar Geldanlagen, bin ich für euch da. Euer Raphael Platek. Und ein klasse Chef ist er auch noch. Mädels, schön, dass ich euch habe. Ich bin mega happy. Ich bin mega happy.